was verlangt ihr schnell so ich denke aber mal auf der seite sind jetzt genug gesichert alles was ihr wünscht vielleicht noch ein hexatur das ist leicht ich gehorche meister wenn sie übrigens lustig wie die meisterassassine mit einem hackbeil ausgestattet ist ja ehrlich gesagt sollten wir den spieß umdrehen wird sofort ausgeführt auf dem weg das gebäude ist fertig hier bin sofort so jetzt mal gucken wie groß sind die dinge wo auch sehr groß du bist auch nicht gerade klein die rune wird sofort ausgeführt okay das klappt schon mal hier drüben bereit so ihr errichtet mir hier einen holzfelder ziemlich mittig zentral das heißt ich brauche die große fläche hier für die nahrungsproduktion verstanden meister und noch mal trolle so jetzt kann ich mal fünf assassinen und fünf schatten klinge alle natürlich gleich da hinten hin meister das gebäude ist fertig ich bin unwürdig ich bin unwürdig so feindlicher angriffen diensten unverzüglich na die unsere assassinen sehen wenigstens etwas cooler aus als die masse ist mit uns die haben wenigstens zwei coole schwerter und nicht ein hackbeil nor ist mit uns auch unsere schatten klingen sehen ein bisschen besser aus verstanden meister tja und da haben wir das problemchen auch wenn es ein bisschen weg ist aber wir müssen quetschen was denn so mal gucken was brauche ich denn jetzt noch alles das haupthaus wäre nicht schlecht ja könnten wir das noch in quetschen also ja hier haben wir noch natürlich platz das haupthaus alles klar flunk wir sind lassen wir sie nicht warten meister das gebäude ist fertig meister das gebäude ist fertig ich bin unwürdig ich bin unwürdig quetschen wir mal hier rein meister das gebäude ist fertig So, die erste Nahrung kommt rein. So, kleines Haupthaus, mittleres Haupthaus. Da drüben hin. Meister, das Gebäude ist fertig. Ja, starker Nahkämpfer mit deinem zweiten Kriegsvermaus Eisen. Starker Nahkämpfer mit deiner schweren Eisenrüstung und zwei einhändigen Eisenbeschlangekeulen. Mhm. Gut, unsere Seenfelsen haben den Vorteil, sie triggern nichts. Oh, jetzt bewirkt sich mal ein Kita hier zu uns in die Richtung. Oh, das sind langsam keine Speer mehr, sind jetzt Angreifer. Ah, cool, der Herr von Krieg jetzt auch hätte ich wieder Mana, dadurch, dass ich ein Nahrungslager errichtet habe. Bitte fertig. Dadurch, dass ich es errichtet habe. Vorwärtskrieger. Oh ja. Wir sind der Schlacht. Die Schlacht ist nahe. Die haben echt tolle Stimmen. So, ein paar Hexer. Gut, jetzt bräuchten wir... Einen Kolbenschnitzer, für den wir wahrscheinlich absolut überhaupt keinen Platz mehr haben. Außer hier vielleicht und hier ist doof. Wir sind der Tod. Nor ist mit uns. Wir sind der Tod. Gebt euren Befehl. Na, wie gesagt, wir brauchen auch erstmal Nahrung. Vielleicht haben wir Glück und die Holzfäller holzen genug gebietfrei, damit wir da noch Zeug errichten können. Also gerade hier oben vielleicht. Bei was brauche ich auf jeden Fall? Einen Kolbenschnitzer und eine Steinwerkstatt. Das wäre so praktisch. Oh, da kommt der Angriff. Schließt die Reihen! Haltet durch, Männer! Halt durch, Männer! Schlag, zieh zurück! Das ist ungut. Sie besetzen ein Monument. Für die Ehre und Ehre. Vorwärts, Krieger! Die Rune ruft. Zu Befehl! Stand halten, Männer! Ein Monument wird angegriffen. Oh, das könnte knapp werden. Schließt die Reihen! Sie besetzen ein Monument. Okay, sie haben es jetzt auf mich abgesehen. Das ist gut. Das ist ein Hinterhalt! Die Rune ruft. Die Rune ruft.